Donnerstag, 12.03. Freude genießen, Ihre Kräfte und Ideen entfalten, ist jetzt möglich. Alles, was Sie heute symbolisch wie ein Samenkorn in die Erde legen, hat beste Chancen auch aufzugehen. Sie sind sehr experimentierfreudig. Start-up-Ideen können entstehen. In der Freizeit am Abend ist es äußerst wichtig, Spaß und Freude zu haben. Es ist zwar Fastenzeit, aber der Entdeckungstrang ist sehr groß. Sie könnten also gemeinsame Weiterbildung oder Kultur besonders genießen oder als aufbauend empfinden. Auch Ihre Intuition leben, Yoga wäre ideal. Die Bauernregel sagt, weht heute an Gregorio viel Wind, doch 40 Tage windig sind.